Fangen wir jetzt zu dritt. Der Aschbaummeister 2008, Thomas Hacker, unser Bürgermeister. Wir fassen uns an den Händen und springen gemeinsam. Hör dich mal mal auf, das ist jetzt ein Tüch. Hör, Handpatsche her. Thomas, das wollen wir jetzt zeigen. Ich wollte schon immer mal mit dem Papro-Bürgermeister zusammen, ja, das kann man nicht machen. Ich mach gleich noch ein Interview. Nicht reden, springen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war's von Applaus-Macher TV. Ciao, was hat mir große Freude gemacht. Und ich rufe an den Schaden. Auf geht's, springen wir nach dem Morgen, denn auf geht's. Auf geht's, springen wir nach dem Morgen. Auf geht's, springen wir nach dem Morgen. Ja, das war's. Das war's.